Da geht noch was! Hallihallo Lululul, zurück zu Final Fantasy Remake! Und offenbar ich den... ... den Mako-Eraktiker verlassen! Aber das muss doch mal. Klautner, hat den Kreisrank... ... einwerfen lassen? Wir haben immer noch massig Zeit. Knapp 13 Minuten. Wir los Barrett, hau rein! Greif an! Na komm, bricht Cloud noch einen Halltrank. Schloss mit, lass dich! Genau, hast du es endlich? Mann alter, hau mal rein da! Noch mal Schaden! Das war abzusehen! So... Wieso? Man hätte auch in 10 Minuten schaffen können, die Zeit. Was mich im Moment zumindest ein bisschen stört, ist der Heidegger war auf der PS1-Version viel korpulenter, viel dicker. Mann, wer die PS1-Version klingt, hat da so ein... ... rumisches Lachen gehabt. Worin ich nachher... ... nachbeschwert wurde. Halt wie erlacht, aber das... Mal gucken, ob die es auch drin haben. Aber es dauert noch. Jetzt mach schon, mach schon, mach schon! Hm... Sie noch was... Ich versuch's für alle sofort immer zu finden, aber ich werde bestimmt das ein oder andere übersehen. Mit Sicherheit. Das bleibt einfach nicht aus. Und noch einmal. Das fass ich mal als Ja auf. Das kann ich auch. Mach ich eben oben. Lass mich mal aufwärmen. Lass mich mal aufwärmen. Lass mich mal aufwärmen. Kapitel Nummer 1. Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich hab die Bombe exakt auf Plan gebaut. Eventuell sind da Makogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Ob es was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut. Und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Ist da noch irgendwas? Ah, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Hier ist scheinbar nichts. Ist wohl Ende. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt. Findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Es gibt hier viele Parallelen zum alten Teil. Alle von der PS1. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Marco-Verdächtung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse. Dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zuhause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach ne Lunchbox mit. Ja, nee, ist klar. Da ist wieder ne Kiste. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Auf, auf, wundervon. Wieder zwei Halt trinke. Haben die nicht voller 200 geheilt? Die heilen mich jetzt 350. Wenn wir rein mal so ein. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut. Dann mach ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir. Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Kapver einziehen. Hey, das ging fix. Auf die Gute, Jesse, Teichalasch. Los, weiter. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Appentäter haben eine Sprengung in Mako-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich in sich an... Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fangt auch ihr an zu klagen. Nicht verzagen. Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste. Zweifel. Eure Sorgen. Und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. So, jetzt kann ich wieder. Auch bei der alten PS1-Version kamen die alle aus so einer brennenden Tür raus. Da haben sie versammelt und haben geredet. Und nur den Weg jetzt da gerade. Ist ein Tunnel. Der war natürlich damals nicht dabei. Aber jetzt hat man auch gesehen, wie die durch den Tunnel... Warum die aus dieser Tür rausgekommen sind. Sie so gebrannt halt und alles. Mit der Sprengung. Das war das jetzt. Haben sie auch schön gemacht. Dass sie einfach durch so eine Tür sich durchspringen und fertig. Nee, nee, nee. Warum sie und wie sie da durchgegangen sind. Da haben wir schon ganz gut gemacht. Welche kleinen Dinge, die gefallen mir. Richtig gut. Das war noch Sektor 8. Aufteil. Wir treffen uns im Zug. Bis später. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Klapp, klapp. So was hast du sicher schon gesehen, oder? Na, Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm. Jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe. Wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Das haben sie auch komplett übernommen. Zum Glück finde ich auch richtig gut. Und die Materia. So. Deswegen hat auch der Cloud in seinem Schwert ein grüner Punkt. Das ist meine Materia. Denn er hat auf seinem Schwert zwei Materiaplätze. Panzerschwert. Äh. Ach da, Materia einsetzen. Zack. So, jetzt. Da ist die Feuer. Äh, Materia. Und jetzt haben wir hier noch eine Heilen. Guck uns. Äh, Vita. Nachher Vitra. Regina. Vitagra. Vitagra. Alles, was man auch damals im PS1 herkannte. So, dass man schon genau sehen konnte, welche Zauber man noch lernen konnte. War da ja auch. Kann man auch entfernen, umplatzieren. Alles mit hier dabei. Also kann er auf seinem Schwert nur zwei Plätze für Materia haben. Bronzereif gar nicht. Gar kein Platz für da. Aber man findet nachher noch, äh, genug andere Sachen. Armreifen und Accessoires und Waffen. Alles nach und nach. Setz sie ein, wenn's brenzlig wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstamm bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay. Dafür später. Ich meine, auch dieses, äh, Mrs. Arcade gab's damals auch in der PS1. So, in der Anfangstrailer, äh, Intro. War manchmal auch das zu sehen, noch andere Werken, die man hier sieht. Werber Reklam. Die haben sie auch genommen. Finde auch gut. So viele kleine, kleine, kleine Dinge. Richtig genial. Angeblich geht's doch noch zum Bahnhof. Richtig genial gemacht. Dass sie alles übernommen haben. Wir finden ja relativ gut, äh. Nur, sie haben's jetzt hier, für die PS4, Remake, noch besser gemacht. Meine, da fehlen mehr Möglichkeiten vor allem. Hier, lass. Hier oben. Ich versteh das nicht. Der lässt doch nicht. Pass auf. Der Schutt ist ziemlich bröckelig. Nach oben kommst du über die Treppe dort, okay? Ja, machen wir gleich. Erst ein bisschen umschauen hier. Gibt es Notunterkünfte? Das ist schon die Treppe. Über die Treppe da vorne kommt man über den Schutt. Wegen anheizender Extrusionen besteht auch weiterhin akute Branden. Wollen wir nichts mehr? Nee, hier ist scheinbar nichts mehr. Hilfe! Es hat ja auch zwei grüne Punkte. Für Materie. Hier geht's nicht rein. Die wird ja richtig genial gemacht, finde ich. Sehr schön. Okay, Leute. Ich mach aber jetzt den Schluss. Wie es weitergeht über den Schutt und den Zug und alles. Sieh mir das in der nächsten Folge von Final Fantasy VII Remake. Bis dahin. Tschö mit Ö.